Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Jetzt sah das gerade irgendwie so aus, als ob die sich vielleicht betteln oder auf irgendwas zudämmen, aber nein, nein, dem war nicht so. So, wir haben neue Fossilien, wir müssen jetzt noch das ACU-Nachladetempo erforschen. Dann hätten wir nämlich wieder eine Quest fertig. Also ab in die Forschung. ACU-Nachladetempo. Dann erforschen wir das mal schnell. Oh Gott, jetzt haben wir nur noch 48.000. Ich hoffe, dass die was mitgebracht haben, was wir verhökern können. Haben sie. Sehr schön, und wir kriegen noch zweimal diesen... Naja. Na ja, gut. Wir extrahieren einfach mal die DNA. Gab es jetzt hier noch was Neues? Das müssen wir uns irgendwann mal später ansehen. Ich glaube, da machen wir einfach mal so eine separate Runde. Wie wir uns das Zeug ansehen. So, wie sieht es aus? Wir haben aktuell zwei Sterne. Wir brauchen hier, um das freizuschreiten, drei. Und dann zieht ihr es ja, ne? Und dann braucht man jeweils von der vorhergehenden halt immer wieder was, ne? Damit wir es verschieben. Okay, die erste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Ähm, nein. Wir wollen definitiv nicht, dass da einer von denen ausbricht. Bist du denn nicht bescheuert? Äh, werde ich definitiv nicht machen. M-m. So. Ähm, ich würde gerne nochmal eine Expedition losschicken. Wo waren wir denn noch nicht? Da waren wir noch nicht. Der Hyggo, Hyggo irgendwas saures. Wisst ihr was? Wir schicken die da jetzt einfach mal hin. Passt schon. Aber wobei ich vielleicht auch jetzt mal Geld sparen sollte, damit wir uns... ...so einen dicken, fetten Elektrozaun leisten können. Denn irgendwie steht das Ding da hinten noch und... ...es geht nicht vorwärts. Was? Ähm... Was? Ähh, dä, dä, bä, bä, bä. Halt, halt, halt. ACU. ACU-Helikopter. Aufgabe hinzufügen. Fang den Heini mal wieder ein. Leute. Gut, dass das kein Fleischfresser ist. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Kommt schon. Im Moment haben wir zu tun. Sauber. So, jetzt haben die den schon mal. Ähm. Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in die Geschichte zurückzubringen. Wir müssen aber hier erstmal ganz kurz dem Ranger-Team sagen. Zack. Dass die das hier reparieren müssen. Aufgabe hinzufügen. Hier, das muss repariert werden. So, dann wählen wir hier das ACU-Haus. Hier Transportteam. Und die sollen jetzt hier unseren Heini mitnehmen. Und. ihn dann da wieder zurückbringen. Der arme, guck mal. Das ist doch uncool, wenn du das nur zurückgeschleppt wirst. Die hängen den doch. Also, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das eine sichere Methode ist, ihn zu transportieren. Der arme Dino. Produkttransport wird durchgeführt. So, dann bringen die den jetzt also hier wieder zurück. Äh, ist das schon repariert worden? Ich gehe schwer davon aus, ne? Ja. Ja. Okay. Äh, der Helikopter braucht aber ein bisschen. Kann man sich das nicht irgendwie... Da fehlt so ein bisschen... Das Warten. Äh, nicht das Warten, Quatsch. Was sag ich denn hier? Nein, das anzugucken. Also, dass man denen schön folgen könnte. Warte mal. Ich versuche jetzt irgendwie ein geiles Thumbnail zu finden. Hoffen wir mal, dass es ausreicht. Das ist immer ein bisschen schade. So ein gutes Thumbnail muss man viel machen. So, jetzt wird er da wieder reingebracht. Und dann wacht der arme Kerl hoffentlich zügig wieder auf und ist wieder fit. Ah. Da ist wieder fit. Wie geht's ihm denn? Oh, nice. Sturmabwehrstation ist jetzt verfügbar. Voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industrie-Komplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potential für Profit, aber eben auch für Gewalt. Ja, das ist wohl wahr. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gucken mal, ob es ihm gut geht. Hallo? Alles ist gut, okay. Passt. Dann hat der das ja gut überstanden. Als nächstes müssen wir wieder ein bisschen forschen. Wir haben jetzt ja Geld bekommen und dann sollten wir vielleicht gleich mal hier die Chance nutzen, diese Sturmdingen dazu erforschen. Ne, wartet mal. Hä, hieß es nicht gerade, wir können so ein Sturmding... Achso. Das geht dann automatisch. Alles klar. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Ja, ja, ist ja gut. Dann machen wir das einfach mal. Ich glaube, ich präferiere im Moment irgendwie hier die falschen, ne? Was ist denn da mit? Da können wir noch einen Lagerplatz machen. Das würde unsere Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir das... Ich glaube, wir machen dann... Ach ja, genau. Das war ja auch wichtig. Wir machen mal das und dann den Ausfallschutz und dann noch das, ne? Und wir machen so nach und nach unsere Upgrades. So, dann werden wir hier mal ein bisschen forschen. Oh, schön. Da extra hin wie die DNA und da extra hin wie sie auch. Das ist sehr nice. Okay. Wir sollten jetzt die Leute nochmal losschicken. Ich werde sie jetzt nicht nochmal unbedingt dorthin schicken. Hm. Ja gut, wir könnten wirklich noch was von diesem Ceratosaurus brauchen. Und dann schicken wir da nochmal Leute hin. Alles klar. Und dann kümmern wir uns jetzt mal darum, dass wir da hinten... ...einen coolen Elektrozaun hinkriegen. Also hier so ein bisschen, ne? Wollen wir doch mal gucken. Gehege. Wo ist denn jetzt der Elektrozaun? Ich hätte schwimmen können, dass ich den erforscht habe. Ah, genau. Da ist er. Ein leichter elektrischer Zaun. Ich glaube, das ist so ziemlich das sicherste erstmal. So, ich muss das hier irgendwo ran bauen, ne? Ach, da kann ich das ran bauen. Okay. Ich würde einfach mal sagen, wir führen das hier entlang. Baukosten verbaut. Okay. Hm. Ich glaube, wir sollten es hier einfach nicht übertreiben. Wir wollen ja hier dann noch eine Aussichtsplattform oder sowas hinbauen. Dann ziehen wir das mal hier so runter. Und dann geben wir ihnen zumindest hier noch so ein... Ja, wobei, wir wollen das nicht so groß machen. Das passt schon. Die Besucher sollen die Dinos hier dann auch sehen können. So. Jetzt haben wir hier so einen richtig geilen Elektrozaun. Was wir halt noch bräuchten, wäre jetzt irgendwo so eine Einfahrt für unsere Ranger. Ich denke, die machen wir irgendwie so hier hinten hin. Das habe ich jetzt voll vergessen. So, sehr gut. Genug Saft haben wir also auch drauf. Ich weiß nicht, ob wir diese Sturmabwehrstation aktuell brauchen. Ich würde sagen, da warten wir erstmal noch ein bisschen. So, die Gäste könnten hier irgendwie so eine Aussichtsplattform... Hm. Nicht wirklich? Was haben wir denn da? Gibt es die Aussichtsplattform etwa hier? Ja, da gibt es die. Genau, das bauen wir dann quasi so als nächstes. Wo würde sich das denn gut machen? Ich glaube, hier ist so... Ne, genau andersrum. Das sieht gut aus. Da haben wir sehr viel drin. Dann pflanzen wir jetzt noch so einen Weg hin. Und wir nehmen mal so einen und dann lassen wir das von da oben runterkommen. Dann können die da entlanglaufen. Und wir gönnen denen hier noch so ein paar Bäume, damit das nicht so schäbig aussieht. So. Ne? So, und ich denke, hier hinten können wir nochmal richtig zumachen. Dann können die sich, falls sie wollen, halt hier verstecken. Dann müssen wir denen noch irgendwo so einen Wassertümpel-Teich-Dings hinmachen. Das machen wir am besten irgendwie so... Hier an die Seite ein bisschen. Dann gibt es da noch so ein bisschen Pflänzchen drum. Sieht da schick aus. Wollen wir noch ein paar Steine machen? Ne, ne? Ja, ich glaube, das lassen wir lieber mal mit den Steinen. Was wir aber dann noch bräuchten, wäre in dem Gehege... ...zwei Futterstationen. Und dann würde ich einfach mal eigentlich hier hinsetzen. Und dann machen wir noch eine zweite. Die ist richtig krass. ...Lebenbeute. Direkt davor. Das wird richtig dicke Fette kommen. Okay. Jetzt haben wir richtig die Schotter ausgegeben. Oh, wartet mal. Ich glaube, wir brauchen noch Strom, oder? Ich denke, das braucht hier hinten noch Strom. Dann muss ich von da wohl was runterziehen. Das mit diesem Drehen, das ist irgendwie ein bisschen blöde. So. Ah, noch einmal X drücken. Hä? Sieht das? Aber das überdreht so leicht. So. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Machen wir ja gerade. Und sorgen sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Das ist der Sinn, ja. Die Gäste kommen in ihren Park, um ein prähistorisches Leben zu bewundern. Wenn die Gäste der Dinos ziehen, können, erhöht sich die Anlagenbewertung. Nutzen sie eine Kombination aus Beobachtungsgalerien, Beobachtungsplattformen, ein Schienenbahnen und Gyrosphären, um alle Gehege abzudecken. Ja. Jetzt müssen wir uns allerdings darum kümmern, dass wir ein bisschen mehr Strom kriegen. Wir haben jetzt glücklicherweise schon ein Update durchgeführt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Warte mal, wir machen hier nochmal schnell ein bisschen Forschung. Oh, interessant. Das können wir gleich mal verkaufen. Dann sagen wir DNA extra hier und oh, da kriegen wir welche. Die kriegen gute Bewertungen, sag ich euch. So, Delay. Wir müssen mit dem Strom nämlich noch was machen. Dann machen wir mal das schnell. Dann gehen wir mal hier hin. Hier können wir jetzt nämlich Upgrades auswählen bei den Plätzen. Und dann sagen wir hier Upgraden, verbesserte Leistung. Und dann haben wir doch hier irgendwo noch das nächste Kraftwerk. Wo habe ich denn das nächste Kraftwerk hier gebaut? Irgendwo hier versteckt, ne? Genau. So, dann gönnen wir uns das auch mal. Wie sieht's denn hier im Allgemeinen aus? Wir haben ja aktuell einen. Haben wir nur einen? Zwei. Ja, ich glaube, wir müssen den hier eigentlich nochmal erforschen. Da bräuchten wir noch einen zweiten. Ich glaube, der ist nämlich allein ziemlich einsam. Dann würde ich mal sagen, brüten wir noch einen Edmontosaurus aus. Dann müssen wir jetzt allerdings auch mal ein bisschen sparen. Weil wir schon wieder kaum Geld haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir gleich irgendwie was richtig Gutes bekommen. Also so ein paar Dinger, die ordentlich Schotter für uns bringen. Ist das Ding schon aufgefüllt? Neun von zehn. Das heißt, hier muss irgendwo eine Ziege rumlaufen. Die Armschweine. Die gucken jetzt hier hin und wundern sich. Hm, was ist hier? Oh, eine Ziege. Wie toll. Seht ihr es? Das hier ist die Ziege. Und die wird gleich ein derbes Opfer, kann ich euch sagen. Aber wir müssen dafür erstmal wieder ein bisschen Geld machen. Was sind die schon wieder zurück? Die sind schon wieder zurück. Dann würde ich sagen, müssen wir die nochmal irgendwo hin aufbrechen lassen. Ich glaube nochmal einmal, wo wir noch was für diesen Ceratosaurus herkriegen. Genau. Und dann war es das quasi. Dann können wir mal einen ausblüten. Allerdings muss dann halt auch wirklich auch der Schotter stürmen. Haben wir noch Fossilien? Ne, haben wir alles erforscht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie das hier aussieht. Auf wie viel haben wir denn aktuell? 87. Wow. Dann kriegen wir den mit dem nächsten Mal mit ziemlicher Sicherheit auf über 90. Und es gibt eine richtig gute Bewertung. Das kostet uns sehr Spaß. 550.000. Mach mich fertig. Das ist nicht ohne. Da müssen wir jetzt wirklich etwas sparen. So, wir gehen hier zurück. Denn es gibt einen neuen Edmontosaurus. Lauf, mein Dino, lauf. Sehr schön. Sozialisier dir dich mal. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Die Böse. Guck mal, der hat schon seinen Kumpel gefunden. So, jetzt sind die nicht mehr so allein. Das ist schön. Ich glaube, die bräuchten eigentlich auch noch einen. Gönnen wir uns noch so einen kleinen. Ja, ich glaube, wir gönnen uns auch noch so einen kleinen. Kostet ja glücklicherweise nicht so viel. Da kann man das mal machen. So, der Ausfallschutz ist da. Das ist sehr gut. Aber dann können wir das eigentlich noch schnell upgraden. Und wenn wir das abgegradet haben und das andere auch, dann müssen wir sparen. Damit wir die 550.000 zusammen kriegen. Und einen richtig coolen Fleischfresser erforschen können. So, wir haben neue Fossilien bekommen und... Naja, shit. Zum einen haben wir nur so Gammeldinger, die nicht so viel Fortschritt bringen. Und zum anderen ist jetzt auch nichts dazu gekommen, was ein zweiter Geld bringt. Das ist ein bisschen mies jetzt. Na gut. Dann lassen wir hier mal noch den kleinen frei. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Das können wir akzeptieren. Und die Dinosaurier-Genom auf 60% upgraden. Das ist kein Problem. Das machen wir. Das machen wir dann am besten gleich mit diesem einen, äh, stacheligen Saurier. Müssen wir mal gucken, wann wir den kriegen. So, wollen wir noch einmal eine Expedition losschicken. Ich würde es ja schon gerne tun, aber, ähm, die kosten. Schicken wir den nochmal hier hin. Wir schicken den jetzt einfach nochmal hier hin und dann sparen wir jetzt. Und den kriegen wir jetzt auf über 90, oder? Bitte sagt, dass der über 90 ist. Wartet mal, hier müssen wir hingehen. Dann haben wir hier die Dinosaurier-Datenbank. Ist es bei über 90? Das steht hier gar nicht. Wartet, 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 wartet. Ich bitte sag bei 90. 90. 90 ist halt gut, weil du dann eine relativ große Wertung hier dann irgendwie bekommst. Für den, ne? Also das heißt, die Zuschauer finden hier noch viel cooler. Und dann macht man das natürlich auch. Wartet mal, wie viel hat das jetzt gekostet? Immer noch 550.000. Das heißt, da gibt es wohl keine Updates im Moment, die jetzt irgendwie günstiger werden. Die Zahlen sehen großartig aus. Gewinn pro Minute 64.000. Sehr schön. Das heißt, wir machen im Moment alles richtig. Also fast. Ich würde jetzt hier eigentlich gerne auch nochmal so eine Aussichtsplattform hinbauen, aber... Ja, ne? Wir können jetzt nicht alles haben im Moment. Das ist echt recht idyllisch. Also hier wäre ich auch gerne ein Saurier. Haben die noch genügend Essen? Nein, haben sie nicht. Das heißt, wir müssen hier dringend mal auffüllen. Ach, das machen wir selbst, damit wir die Zeit ein bisschen überbrücken können. Fahren wir da höchstpersönlich hin. Ach, du Scheiße. Das kostet wie viel? 90.000? Die kriegt gerade ein bisschen die Krise. Hallo? Habt ihr jetzt aufgefüllt? Alles klar, das hat uns jetzt irgendwie wieder ziemlich pleite gemacht, aber... Wir können die Dinos ja auch nicht verhungern lassen, ne? Dann brettern wir nochmal kurz ein bisschen über den Park. Wir haben ja Zeit. Ich würde hier gerne auch rumlaufen können. Also ich bin sehr gespannt, was die als, ähm... Updates quasi sich so einfallen lassen werden. Was mir allerdings nicht gefällt, ist nur die Framerate-Krase. Ich bin gerade nur bei 60 FPS. Ah, teilweise bin ich zu einem auf 155. Das ist schon echt wenig. Und das mit einer GTX 1080. Ja gut, wir spielen ja auch mit dem 1440p. Wie schön die da einmal alle beiseite gehen, ne? So, da haben wir einen Helikopter. Cool. Es kommt wohl ein Sturm. Da bin ich gespannt, wie sich das auf die Bevölkerung oder die Bewohnern irgendwie auswirkt. Das ist denen relativ egal. Sie sehen ja nur so ein bisschen begossen aus. Okay. Was ich irgendwie uncool finde, ist, dass die hier teilweise so durcheinander gehen, hier. Seht ihr's? Da glitschen die durch. Also da wattest du doch von den AAA-Titel, wo man irgendwie 60 Euro für zahlt. Oder 55 bis 60 Euro. Dass sowas nicht passiert. Und wir haben einen neuen Fahrzeug-Skin bekommen, warum auch immer. Vielleicht, weil wir ja oft genug damit rumgefahren sind. Stürmische Bedingungen vorüber. Hahaha. Das sieht ja lustig aus. Das müssen wir gleich nochmal machen. Macht man noch eine Runde. Okay. Ich weiß nicht, wer mir jemals den Führerschein gegeben hat, aber das könnte ein Fehler gewesen sein. Ja, sorry, dass ich hier jetzt noch ein paar Mal durchbrezel, aber wir müssen ja auch irgendwie die Zeit so ein bisschen nutzen. Es wird noch einen Moment dauern, bis wir so ein Fleischfrösser ausblüten können, aber das machen wir auf alle Fälle noch in der jetzigen Folge. Aber wir können mal durch den Wald fahren. Geht das nicht? Ah, doch, das geht. Cool. Jetzt geht's nicht mehr. Okay. Alles klar. Es geht wohl nur bis zu einem bestimmten Grad. Ich könnte mir da übrigens auch ein richtig geiles Spiel vorstellen. Also, wo du quasi so ein ACU-Dings-Typ spielst und dann halt die ultra gefährlichen Saurier wieder einfangen musst mit deinem Team. Da könnte was gehen. Wobei ich sagen muss, ich bin überhaupt schon mal ziemlich beeindruckt von der Engine, dass sie quasi beides kann. Also, dass du hier so unten entspannt rumchicken kannst, ne? Und dass es gut aussieht. Und gleichzeitig hat auch von oben so alles... Subidubi läuft. Na gut. Ich denke, das reicht jetzt erstmal mit dem Rumpf an. Und wir können hier schon mal gucken, was es im Kontrolldang gibt. Ja gut, das können wir noch machen. Können wir noch voll ausforschen lassen. Und dann warten wir jetzt. Die 550.000 haben wir ja gleich und dann lassen wir so einen richtig coolen Saurier ausbrüten. Und das wird unserer Packbewertung bestimmt ziemlich gut tun. Und bestimmt auch dem Gewinn. Das muss ich auch gleich mal sagen. Ja, und im Moment gibt es hier tatsächlich nur Ziegen zu bewundern. Deshalb sind da wahrscheinlich auch nur zwei Menschen. Das sind so Pieces. Ach Gott. Das erinnert mich dran, dass ich dringend nochmal aus dem Stream was teilen muss. Das habe ich voll vergessen. So. Brüten wir ihn mal aus. Jetzt müssen wir hoffen, dass es auch klappt. Denn... Das wäre sonst ein sehr teurer Spaß, wenn sie jetzt viel schlägt. Aber wir sind bei 91%. Also das ist gut. Okay. Wacht mal. Wacht mal. Macht doch mal. Brütet mal aus. So ein bisschen gute Musik würde im Hintergrund fehlen, oder? Das wäre doch mal was. Schön ist aber, dass weiterhin unsere Einnahmen schon steigen. Eigentlich könnte man die Zeit nochmal nutzen. Wir beschicken nochmal so ein Team los. Wir schicken nochmal ein Team los. Und zwar... Müssen wir sowieso von dem neuen Zaurier was erforschen. Dann gehen wir wieder nach China. Und suchen nach diesem Hua-Gangiosaurus. Oh, den können wir uns gerade nicht leisten. Wartet mal. Noch ein bisschen. Beim nächsten Tick können wir es uns leisten. Das war es. Ticke doch mal. Sehr gut. So, was sagt das? 42%. Mensch, das wird heute schon wieder so eine Überlänge. Das tut mir echt leid. Ich mache mal voll viele Überlängen folgen. Die nächsten werde ich gucken, dass sie irgendwie so um die 25 Minuten bleiben. Das wäre durchaus schön. Hallo, Ziege. Na? Wir könnten hier eigentlich dann noch ein Ge... Ja, da könnten wir noch ein Gehirn machen. Da müssen wir mal gucken, was wir dann da noch reinpflanzen. Und dann hier eine schöne Beobachtungs-Launch hin. Hierhin vielleicht oder so. Aber wobei, wir müssen hier dann noch eine hinpflanzen, damit man die Tiere besser sehen kann. Und dann würde ich auch sagen, dass wir noch so eine Bodenfutter-Station hier hinstellen. Damit die Besucher natürlich möglichst viel sehen können. So, was hätten wir jetzt hier? 65%? Alter, das dauert. Das dauert wieder. Dann können wir eigentlich gleich mal gucken, was diese Aussichtsplattform kostet. 150.000. Okay, da müssen wir noch einen Moment warten. Könnten wir eigentlich noch was für die Gäste bauen? Ich glaube, im Moment noch nicht, ne? Hm. Na? 80%. Das sieht doch gut aus. Wir kommen dem langsam näher. Und dann können wir ihn freilassen. Das dauert echt lang. Yeah. Oh ja. Oh ja. Da werden wir nämlich gleich mal zugucken können, wie er dann so ein Schaf futtert. Ah, Fossil. Wir gucken nochmal schnell zu den Fossilien. Sehr gut. Da lassen wir die DNA extrahieren. Da lassen wir auch die DNA extrahieren. Ich würde sagen, das verkaufen wir. So. Dann gehen wir mal hier hin und lassen ihn frei. Ich schätze, ich habe zu gratulieren. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Das ist unser Auftrag. Und Sie haben uns auf Isla Matazeros gezeigt, wie man ihn erfüllt hat. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Hm. Sehr schön. Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende. Ein Fleischfresser. Diesmal ein Ceratosaurus. Und schaut mal. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln. Und er trägt ein Haar auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Hä. Ja, da hat er einfach mal die Ziege gegessen. Ne? Easy. Oh oh. Er hat noch eine Ziege gesehen. Das ist echt so krass, ey. Das ist so krass. Okay. Und mit dem krassen Ding beende ich dann die Folge an der jetzigen Stelle. Ich bedanke mich für das Zusehen. Ich wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Warte mal. Warte jetzt noch ein. Das ist ja ein förmliches Ziegenmassaker. Okay. Das gucken wir uns noch schnell an. Nun bin ich aber wirklich weg. Ich wünsche euch was. Bis morgen. Ciao. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.